Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Das ist ein Livestream. Und ja, kein Video, sondern ein Livestream. Das heißt, beim Livestream kann ich auch 20 Minuten nix sagen. Ist ja auch egal. Einfach mal loszocken, bis ich keinen Bock mehr habe. So. Wie sieht's aus mit der Munition, die ich hab? Ah, da guck mal. Schön, Hamara. Da haben wir was ganz Tolles. Das ist eine schallgedämpfte Pistole. Und Walter. Und jetzt holen wir diesen komischen Typen raus. Ah, fuck! Gaming King, du Hurenzimmer. Was soll denn das hier, verdammte Scheiße? Wom, killst du mich, hast du keine Ehre, du Hund. Mann. Kommt alle zu mir, ja? Ihr hasst mich alle. So, dafür hab ich hier meine gepanzerte Limousine. Hier drin bin ich nicht sicher. Hier können die mir keinen Anschlag machen, hier. So. Zack, rein damit. Hehehe. So, jetzt hol ich mal diesen ungläubigen Oma. Der muss da oben irgendwo rumschweren. Der hat ja die ganze Zeit schon versucht, mich abzuknallen. Dieser kleine... Schunkie88-Abonnent. So, wo sind die alle? Dann haben wir hier... ...Feder... Und hier ist Gaming King, die Muschi. Oh, die hol ich mir. Was für ein Level bist du? Ich bin... ...Level 58. Das heißt, ich krieg bald den Panzer. Der ist nämlich bei Level 40... Äh, 70. 70 ist der... ...bieter freigeschaltet. Komm her, du Muschi! Ja! Hm? Damit hast du nicht gerechnet. Fuck! Wo ist er hin? Der Hacker. Oh! Hab ich den... Äh! Livestream läuft noch! Yes! YouTube Gamescom ist am Start, Digga. Livestream könnt ihr dann später angucken. In voller Länge. So. Ich hab nix mehr an Munition. Ich muss mir neue Munition holen. Dann mach ich das mal schnell. Das Wetter ist schön geworden hier. Schönes Wetter hier. Fuck. So. Auto aufknacken. Verpiss dich, Rebix! Alter, du Hund! Was machst du denn? Du, warum killst du mich? Ich bin mitten im Livestream, du Muschi! So. Ist ja auch egal. Ich brauch auf jeden Fall Munition. Und ich brauch meine gepanzerte Limousine. Und die hol ich mir jetzt. Die hab ich da hinten irgendwo geparkt. Und die hält wenigstens ein paar Kugeln ab. So, wir wissen alles drauf. Guck mal hier. Ah, die HS. YouTube Gamescom. Zombie Cowboy S. So, da bin ich schon. Da ist meine gepanzerte Limousine. Shit. Da ist kein Panzerglas mehr drin. Naja, die ist auf jeden Fall immer noch gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt brauche ich einen Waffenladen. Äh, was ist denn der? Ah, hier. Ja, hier. Hier ist der gute alte Waffenladen. Hier decken wir uns ein. Und dann jagen wir die Abonnenten von MontanaBlack88. Und meine Rache wird fürchterlich sein. Gegen MontanaBlack, ihren Schweinehörn-Fans. So. Call of Duty Livestream mache ich übrigens auch gleich. Kommt in wenigen Minuten. So. Boah, verrecke. 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 Ach, shit. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin wie immer pleite. Hehehe. Im echten Leben bin ich auch pleite übrigens. So. So. Gehen wir mal zum Waffenladen. Da wird die Frau, die töten wir noch. Komm her, du fette Abonnentin von MontanaBlack. Komm her, was ist los? Hast du Schiss oder was? Auf zum Waffenladen. So, Messer wegstecken. Wie schon gesagt, nachher Call of Duty. Wir jagen MontanaBlack. Wir jagen MontanaBlack. Ich hab das gespürt, dass er in Call of Duty ist. Adventure War 4, PS4. Aber das kommt gleich. Hä, was ist das jetzt für eine Scheiße? Ich hab keine Munition mehr. Scheiße, dann bringt's auch kein... Dann bringt es auch nicht. Jetzt geht die A5 zu zocken. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich zocke jetzt Adventure War 4, mache gleich einen Livestream. Und in 5 Minuten sehen wir uns wieder. Und äh... So, die Frau wird noch dran glauben. Komm her, du Fotze. Moin, moin. Bis gleich in Adventure War 4. Ihr Schweine und Fans.